Wichtige Änderungen im Steuerrecht ab 2023. Rentner und Arbeitnehmer können Geld sparen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Der Referentenentwurf des Jahressteuergesetzes steht. Er wurde am 28.07. vom Finanzminister Lindner veröffentlicht. Es gibt viele Änderungen im Steuerrecht auch für das Jahr 2023. Ich möchte mal aus unserer Sicht, aus Sicht der Rentenberater, die vier wichtigsten Änderungen hier mal kurz vorstellen. Zum einen, der Grundfreibetrag steigt. Der Grundfreibetrag soll von derzeit 10.348 Euro auf 10.633 Euro im Jahr 2023 und im Jahr 2024 auf 10.933 Euro steigen. Mit dem Anstieg des Grundfreibetrages erhöht sich das erstmals zu versteuernde Einkommen. Damit können Millionen Rentnerinnen und Rentner und auch Arbeitnehmer auf weniger Einkommensteuerzahlungen an das Finanzamt hoffen. Ab 2023 soll das Kindergeld steigen. Und zwar soll das Kindergeld vom nächsten Jahr an für die ersten drei Kinder auf jeweils 227 Euro steigen. Ab dem vierten Kind ändert sich nichts. Im übernächsten Jahr soll es für die Kinder 1 bis 3 nochmal 6 Euro mehr geben. Ab 2023 sind Rentenbeiträge vollsteuerlich absetzbar. Ab 2023 werden alle gezahlten Rentenbeiträge, die ein gesetzlich Rentenversicherter selbst in die Rentenkasse einzahlt, sei es als Arbeitnehmer oder sei es als Pflichtiger, Selbstständiger oder Freiwilligversicherter oder Rürup-Rentner, vollsteuerlich absetzbar sein. Denn im Jahr 2022 beträgt der Höchstbetrag der steuerlich anerkannten Altersvorsorgeaufwendungen 25.639 Euro. Davon sind im Jahr 2024 94 Prozent absetzbar. Ab 2023 gibt es dann diese Begrenzung nicht mehr. Das hat was mit dem Doppelbesteuerungsurteil des Bundesfinanzhofs aus dem letzten Jahr 2021 zu tun. Das heißt also im Koalitionsvertrag war das geregelt, dass der Gesetzgeber hier eine Änderung herbeiführen wird. Wie hoch der tatsächliche Höchstbetrag nächstes Jahr 2023 sein wird, das können wir Ihnen noch nicht sagen, da wir einfach noch nicht wissen, wie hoch der Höchstbetrag in der knappschaftlichen Rentenversicherung ist. Denn daraus errechnet sich nämlich genau dieser steuerlich absetzbare Betrag. So steht es im § 10 Einkommenssteuergesetz geschrieben. Und was für uns natürlich auch ganz wichtig ist, der Grundrentenzuschlag, der ist steuerfrei. Im Referentenentwurf zum Jahressteuergesetz steht nämlich geschrieben, dass der Zuschlag an Grundrente grundsätzlich nach § 3 Nummer 14a Einkommenssteuergesetz neue Fassung, die dann zum 1. Januar 2023 gilt, steuerfrei gestellt wird. Für alle Rentnerinnen und Rentner ist das sicherlich keine schlechte Nachricht, die einen Grundrentenzuschlag erhalten. Die müssen den also nicht nur extra versteuern. Für alle Rentnerinnen und Rentner, die Steuern auf ihre gesetzlichen Rentenzahlen müssen, bedeutet die Erhöhung des Grundfreibetrages eine mögliche steuerliche Entlastung ab dem Jahr 2023, die aber tatsächlich erst im Jahr 2024 dann spürbar werden könnte, wenn die betreffenden Personen für das Jahr 2023 im Jahr 2024 eine entsprechende Steuererklärung abgeben. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. .